Moin moin Leute und Willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge... Niklas schiebt wieder Leute raus. Er geht auf meine Kaffe, dead shit. Max fährt mit Platten. Fahr, Platten, fahr! Und Nils freut sich. Yes! Platten, gib Gas! Ja, ich schieb doch, ich schieb doch. Speed, speed! Irgendjemand muss den... Irgendjemand muss den... Irgendjemand muss den Bremspunkt callen. Platten! Kommt jetzt, kommt jetzt! Du bedeutst dich aus! Oh, Fallscrash, Fallscrash! Langsam, 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 langsam! Mitte, 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 Mitte! Mitte, Mitte, Mitte! Oh! Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe! N***a, das sind 10 Sekunden! Wie sind das 10 Sekunden? Links, äh, rechts, rechts steht da. Oh! 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 Max, ich reporte! Junge, du bremst halt auch... Du bremst halt auch nicht... Du bremst halt auch nicht... Ich hab einen Vollidioten vor mir! Ja, ich hätt auch einen Vollidioten vor mir! Oh! Fahhh, Junge! Das ist ne Rennstrecke! Digga! Der bremst! Der bremst! Der bremst! Der bremst! Ich krieg's kurz! Fahr halt! Dann lass ich dich auch in Ruhe! Digga! Nein, 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 hallo! Jetzt ist Jaros drin dran. Langsam Eier, wenn ich mir den nicht kann. Und wenn es tot! Das dicken Bump Draft! Also vielleicht! Boah! Das ist so wild hier! Das ist ja knapp! Der Gertzichtratzrocker wahrscheinlich auch ziemlich lustig! Hallo, ich bin noch da! Der geht auf meine Kappe! Shit! 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 I'm sorry! Der Wetter habe ich einen vor der Jace kommen mit dem Ausgeschäft auf die Wiese! Äh... Nein, nein, nein! Du bremst! Nichts! 23 Sekunden! Geh noch! Also ich zieh schon ziemlich die Grimassen, muss ich sagen! Oh, ich auch was! Alter, Jansky holt aber auch wirklich die ältesten Dinger raus! Junge! Die ältesten Schinken holt Jansky raus, Junge! Musik Jansky-Koch! dwarven du auf! Nein! Sorry, ah, w- was ist er. FUUUUUUCK! OHHHH OHHHH NEE! HEAESS! YEAH! Sorry, mein Mann! So... ja hat die waren der Tonjonas der Ton hat mich verwirrt ich dachte der Ton mehr mein Kluzschiff die Töne machen ah, geil das ist der Motorreis Green 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 ach scheiße man Ja, ich hatte die Meldung im Spiel bekommen. Oh mein Gott. Ja! Nein. Nein! 52 Minuten remaining. Ja, 85. Nee, 58. 85. 85. Ich verstehe die deutsche Nummer. Okay, 85. 85. Ja, ja, ja. 85. No. Bin ich zu schnell gewesen? Ich hab die Linie nicht gesehen. Nein! Och, nee. Verkackt. Johnny? Hm? Mabix, SG30, Porsche. SG30, SG30. My mind's gone now. I can't fit. German's now gone. Mabix stop and go. Penalty. Oh! Oh, oh! Okay. Push, push, push. Jetzt ist B2 realistisch. You can drive 1.59 irgendwas. Ne? Also, scheißegal, obzache... No cut, no cut! Scheiße, das Interviews auf Englisch. Oh, nein! Williams, SG30. Really? Yeah. Williams, stop and go. Oh, okay. Oh, okay. Yeah, okay. Let's go, Johnny! Let's go! Er redet aber so schnell, ich verstehe kein Wort! Ich verstehe gar nichts! Wie kann man so schnell reden, ich verstehe das nicht! Ja, ja, ja! Ich freue mich, wie alles für dich geht, in ein paar Monate Zeit! Ja, danke! In Deutschland, wir sagen Wiederschauen und Reingehauen! Wo kam der denn jetzt her?